Mache etwas freudig falsch. Scheinbar ein Anachronismus. Etwas freudig falsch machen. Wenn wir etwas falsch machen, dann freuen wir uns ja in der Regel nicht. Dann ärgern wir uns, dann regen wir uns auf, dann versuchen wir es besser zu machen, mehr oder minder verzweifelt oder gut oder wie auch immer. Aber etwas freudig falsch machen, ist ja wirklich wie eine paradoxe Intervention. Und wir kennen die paradoxe Intervention aus der Psychotherapie. Also etwas, was problematisch ist, wirklich auch bewusst falsch machen oder in der Form weitermachen, wie es eben das Problem tatsächlich ist. Also zum Beispiel, du errötest immer, wenn du in Gesprächen mit Frauen oder mit Menschen bist und diese Errötung stört dich und dann bekommst du eben die Verschreibung, du darfst erröten, wie du willst, wenn du Menschen begegnest. Dann wird dein Kopf so richtig schön rot und rot und rot. Und genau diese willentliche Einladung führt dazu, dass du eben tatsächlich diesen Fehler in Anführungszeichen machen darfst, dass du das Erröten dann sein lässt und dass es sich relativiert und in der Hinsicht ausgleicht. Und es ist hier ganz ähnlich. Mache etwas freudig falsch zu tun, tatsächlich falsch zu machen in der Freude. Natürlich ist das für viele zunächst mal eine Pseudo-Freude. Also wir freuen uns nicht wirklich, aber wir tun so, als ob wir uns freuen. Und so tun, als ob man sich freut, ist ja auch schon mal was wert. Auf jeden Fall sich nicht mehr verurteilen dafür, dass man es falsch gemacht hat. Und wie oft tun wir das im Alltag? Wie oft tun wir das in unserem Leben, dass wir etwas falsch gemacht haben oder es stellt sich als falsch heraus oder jemand sagt uns, das ist falsch und das ist nicht in Ordnung. Und dann fühlen wir uns schlecht einfach und versuchen das auszugleichen und haben damit Probleme. Das heißt also, es verfolgt uns mehr oder minder und wir versuchen besser zu werden, besser zu werden, besser zu werden. Das ewige, narzisstische, einerlei, ich muss es schaffen, ich darf keinen Fehler machen, wenn ich Fehler mache, werde ich letztendlich nicht geliebt. Was wir ja oft auch tatsächlich in der Erziehung haben, dass man dafür Sanktionen bekommt. Und ja, so läuft das dann als Selbstläufer und wird immer problematischer. Und wir geben tatsächlich eine ganz starke Energie immer wieder in unserem Leben, genau in diesem Sachverhalt, dass wir etwas falsch machen und dass wir uns nötigen, es besser zu machen oder dass wir eben tatsächlich genötigt werden von anderen Menschen, es besser zu tun und eben auch aus den berühmten Fehlern zu lernen. Natürlich lernen wir aus Fehlern, ist gar keine Frage, aber wir lernen es doch eher qualvoll oder wir lernen es doch eher wirklich in der Anstrengung und das nagt natürlich an unserer Energie und das nagt vielleicht auch an unserem Glücklichsein und an unserem Wohlfühlen, dass wir einfach gut in der Welt drin sind und uns willkommen heißen, vor allem wir uns selber willkommen heißen und dann wird das sehr schwierig. Und insofern ist es wichtig, etwas freudig falsch zu machen, also etwas, von dem du weißt, es ist jetzt in dem Sinne nicht richtig, wobei ja das richtig und falsch durchaus auch relative Sachen sind. Man kann nicht etwas absolut falsch machen und man kann auf der anderen Seite natürlich auch nicht etwas absolut richtig machen. Und insofern ist das auch so ein Spielchen mal so, mal so in der Form. Aber freudig etwas falsch machen bedeutet zum Beispiel, ich habe jetzt ein Rennrad bekommen zum Geburtstag, so ein gebrauchtes Rennrad und da gibt es natürlich Anweisungen, wie man so ein Rennrad richtig bedient, wie man den Lenker einstellt, wie man sich draufsetzt, was man nicht tun sollte, wie man die Bremse schnell erreicht und so weiter. Also eine ganze Menge an Ratschlägen, an Möglichkeiten, natürlich auch an richtigen Funktionen, um so ein Ding zu bedienen. Ein Rennrad ist ja etwas anderes als jetzt ein E-Bike, auf das man sich draufsetzt und dann losfährt, mehr oder minder, und aufrechtsetzt. Das heißt, ich kann also bei diesem Gerät eine ganze Menge zunächst mal falsch machen als Anfänger. Und ich muss auch tatsächlich eine ganze Menge falsch machen. Und insofern sagt mir dann meine Frau, du darfst auf keinen Fall den Lenker falsch angreifen, weil du dann die Bremse nicht mehr erreichen kannst da unten. Aber ich mache es trotzdem und weiß natürlich, ich muss bremsen. Die Bremse ist lebensnotwendig, aber ich mache es tatsächlich freudig falsch. Das heißt, ich sitze auf dem Ding, weil ich mich gefreut habe, total gefreut habe darüber. Aber ich mache es natürlich auf meine Anfängerart zunächst mal freudig, in dieser freudigen Haltung falsch. Und werde es dadurch, dass ich es freudig falsch mache, dass es mir total gut geht auf diesem Ding und ich da rumfahre und eine Strecke fahre und natürlich dann im Laufe der Zeit entdecke, wie man es besser machen könnte und zwar automatisch aus dem, wie es sich darstellt. Also ich mache Fehler, mache sie aber wirklich in der total guten Emotion, weil ich mich freue zu fahren. Und das ist gemeint mit dem etwas freudig falsch machen. Du bist damit in Ordnung. Das Gleiche sehen wir bei unseren Kindern nicht. Die machen etwas und ich weiß natürlich genau als Erwachsener, das ist nicht so die richtige Haltung, die sie haben. Und dann gibt es natürlich dann die Erziehungshaltung, die sagt, ja jetzt mach mal Brust rein und Bauch rein, Brust raus oder sowas. Oder lauf doch mal so oder mach das. Und ständig belehren und erziehen wir unsere Kinder und nehmen ihnen dadurch ein Stückchen vielleicht auch der Freude. Ich meine, ein Kind lässt sich nicht so schnell die Freude nehmen. Das macht es dann trotzdem. Aber die Gefahr ist immer vorhanden, dass wir denen dann die Freude nehmen. Und Kinder tun ständig freudig etwas falsch. Nur so können sie überhaupt werden. Nur so können sie sich überhaupt entwickeln. Und das darfst du eben als Erwachsener auch tun. Natürlich nicht, wenn du ein Verkehrsflugzeug fliegst und hinten 300 Passagiere sitzen hast oder dich selber in Gefahr bringst oder deine Partnerin in Gefahr bringst. Also wenn es um Tod und Leben geht und wirklich gefährliche Sachen, dann ist das natürlich nicht angebracht. Das ist gar keine Frage. Aber ich denke davon, das versteht jeder, dass wir hiervon nicht reden. Aber diese kleinen Sachen, also wie zum Beispiel auch mit dem Rennrad, das ist durchaus jetzt so in einem gewissen Grenzbereich. Aber wenn man einigermaßen achtsam ist und bei sich ist, dann wird man schon keinen Fehler machen, der eben Tod und Leben oder Gesundheit zur Folge hat als Problem in der Hinsicht. Insofern, du darfst freudig falsch machen. Also in der Bewusstheit, andere würden es besser machen. Andere würden es professioneller machen und gescheiter machen. Das ist schon in Ordnung so. Aber du machst es eben freudigerweise falsch. Und das ist der Saft des Lebens, dass wir Freude an den Dingen haben. Das Kind hat Freude an dem sich bewegen und rumtouren und seltsam rumtouren und was auch immer das ist. Es freut sich und es wächst durch die Freude. Es wächst durch die Freude in den falschen Dingen, die es tut. Und das dürfen wir eben als Erwachsene auch viel mehr machen. Etwas freudig falsch machen. Zu sagen, also ich mache jetzt hier einen Tippfehler meinetwegen im Brief. Okay, dann mache ich den eben freudig. Aber ich freue mich darüber, den Brief zu schreiben oder diesen Text zu schreiben. Das tut mir einfach gut. Da bin ich vollkommen beseelt davon, so etwas zu machen. Und dann passieren natürlich dann Fehler. Es kommen automatisch Fehler rein. Und ich weiß, ich kann natürlich immer mehr Fehler entdecken. Ich kann wirklich professioneller werden. Aber das Problem, das wir dann immer wieder haben, ist, dass wir zu schnell professionell werden wollen, dass wir zu schnell keine Fehler machen wollen. Und genau das ist die Krux der Angelegenheit. Und insofern leiste dir freudig diese Fehler, die da sind, weil du wirst sie eher durch die Freude überwinden, als durch diesen ewigen Frust und dieses ewige negative Eingeständnis. Ja, ich kann es ja doch nicht. Daran scheitern dann viele Menschen. Oder sie hören auf, Dinge zu tun in der möglichen Beharrlichkeit. Sie könnten ja viel beharrlicher sein. Und wirklich bei der Sache bleiben, wenn sie eher diese Haltung hätten, etwas freudig auch falsch zu machen. Darum geht es hier.